Herzlich willkommen, wir sind wieder in der Workshop-Vorstellung und bei diesem Mann kann man einfach nur lächeln. Nicht nur, weil seine Produktionsfirma Smile Productions heißt, sondern weil er in der Comedy-Szene ein- und ausgeht. Und zwar mittlerweile meist hinter der Bühne. Er weiß genau, wie die großen Stars funktionieren. Er kennt sie alle. Und er betreut vor allen Dingen auch ganz viele. Aber darüber wird er selber was erzählen, wenn ihr zu ihm in den Workshop geht. Der findet am Samstag statt. Und was in diesem Workshop passiert, lieber Thorsten, das erzählst du uns jetzt am besten. Ein herzliches Willkommen. Ich freue mich so riesig, dass du da bist. Thorsten Siebert. Dankeschön, Sonja. Ja, ich freue mich sehr auf den Workshop mit euch. Ich möchte gerne das, was ich in 30er Entertainment-Branche, im Comedy-Bereich, im Show-Bereich gelernt habe, mit euch teilen. Ich möchte mein Schatzkästlein aufmachen und sagen, warum sind Leute wie Kaya Jana große Stars geworden? Es gibt Gründe dafür, handwerkliche Gründe, aber auch persönliche Gründe, aber auch strategische Gründe. Das möchte ich euch offenlegen. Ich möchte euch auch sagen, warum ein Kaya Jana vor 6.000 Menschen jeden Einzelnen erreicht und manche Menschen vor 10 Leuten schon scheiden. Das sind alles Sachen, die man lernen kann. Ich habe da sehr viel Handwerkszeug gelernt, sehr viel Tools gelernt in der Arbeit mit großen Stars, mit großen Künstlern wie Bülent Schellern, Hugo Jürgen Balder, Kristall. Und das solltet ihr alles von mir lernen. Ich möchte auch mit euch, also an der Performance-Arbeit, ich möchte, dass ihr was mitbringt, dass ihr was vorbereitet. Fünf Minuten eine Mini-Rede, Ausschnitts eurer Rede. Daran werden wir beispielsweise auch mit ein paar Teilnehmern arbeiten und dann werden wir gemeinsam sehen, ja, was funktioniert gut und werden gemeinsam lernen, was könnte besser sein und was sind die Gründe dafür, was kann man tun und wie kann man gewisse Fallen, die wir alle oft fallen, vermeiden eben. Und ich möchte auch gerne noch zwei Dinge mit euch machen. Ich möchte einmal mit euch sagen, erarbeiten, ja, wie ist der USP, der unique selling point von jedem Einzelnen, wie ist die Marke, weil auch das ist der Punkt, es gibt viele Comedians, aber nur ein paar werden Stars. Und das hat Gründe. Und ich möchte, weil ich mich viel in den letzten zwei Jahren mit TikTok beschäftigt habe und YouTubern, euch mal ein bisschen was erzählen, warum da Leute plötzlich groß werden, riesen Reichweite haben, was da die Trigger sind und was ich gelernt habe, wie ich für meine Live-Shows Ticketverkauf über Social Media. Auch das sind alles Tipps und Tricks, die man, wie soll ich sagen, die man lernen kann. Und ich möchte euch dieses Schatzkästlein an verschiedenen Themen, diesen kleinen Workshop darbringen, dass ihr alle danach erfolgreicher und dann auch zufriedener mit eurer Performance seid. Wahnsinn. Also ihr merkt schon. Danke, lieber Thorsten. Ich bin total gespannt, weil das in einer Stunde, ich könnte dir da schon wieder einen ganzen Tag zuhören. Das kann man natürlich auch, aber wir machen hier ja keinen Werbeblog. In dem Fall eine Stunde am Samstag. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich wette, wir müssen die Türen vorzeitig schließen. Also seid rechtzeitig da, sichert euch euren Platz, schmeißt das Handtuch und geht zu Thorsten in den Workshop. Ich freue mich auf dich im September. Ich freue mich sehr. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.